Die Auswanderung der Wollnys in die Türkei war im Grunde schon fast vollständig vollzogen. Nun ändert sich das jedoch plötzlich. Was steckt dahinter? Jahrelang hatte Silvia Wollny über ihren Traum einer Türkei-Auswanderung gesprochen. Schon bevor sich die Pläne der Familie durch einen Hauskauf Anfang 2023 erhärteten, hatte es den RTL-2-Clan regelmäßig für Familienurlaube in die Türkei gezogen. In der letzten Staffel von »Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie« schauten sich Silvia Wollny und Harald dann sogar eine Kita in der Türkei an, in die sie Kalantas Tochter Kataleja schicken wollten. Auf die Frage, ob die Kleine eines Tages eher in Deutschland oder in der Türkei zur Schule gehen werden, entgegnete Silvia, die Zeit müsse die Antwort liefern. In Bezug auf Püppi scheint die Entscheidung noch auszustehen, doch es wirkt so, als hätte sich die Familie in Bezug auf Emory und Kasai zu einem anderen Schritt entschlossen. Während Sarafina ihr Töchterchen Hob Angel Silvia noch in der Türkei auf die Welt brachte, und damit einmal mehr ihren starken Bezug zu dem sonnigen Land untermauerte, geht es für die kleine Familie von Silvias drittältester Tochter, jetzt wohl doch ein für allemal zurück nach Deutschland. Die Wollnys – Sarafina Wollny und Peter kehren der Türkei in diesem Punkt den Rücken – das verriet Sarafina Wollny im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. »Sie werden ab August hier in Deutschland in den Kindergarten gehen«, entgegnete die 28-Jährige auf die Frage, wo ihre Zwillinge in Zukunft betreut werden sollen. Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Immerhin hatte Sarafina gerade in Bezug auf Emory und Kasai in der Vergangenheit mehrfach betont, dem Duo gehe es in der Türkei mental und gesundheitlich besser als in Deutschland. Zwar handelt es sich hierbei wohl nicht um einen vollständigen Schlussstrich unter das Türkei-Kapitel, doch zumindest um ein Türkei aus in puncto Alltagsplanung. Gut möglich, dass die Wollnys wieder näher zusammenrücken wollen. Immerhin zieht es einen Teil der Familie aktuell immer wieder in die Türkei, während ein anderer in Deutschland zurückbleibt. Sarah Jane Wollny beispielsweise, die als einziges Familienmitglied einem festen Job, neben den Dreharbeiten für »Die Wollnys« nachgeht, ist fest an Deutschland gebunden. Auch Silvana und Florian Köster bleiben oft im Kalten, wenn Silvia, Harald, Estefania, Loredana, Sarafina und Co. in der türkischen Sonne entspannen. Irgendjemand muss ja das Haus in Rathheim hüten. Türkei-Auswanderung abgeblasen, die Wollnys scheinen in Rathheim wieder näher zusammenzurücken. Sarah Jane hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass es für sie nicht immer einfach sei, fast allein im großen Haus zu sitzen. Sie vermisse ihre Familie, so die 25-Jährige vor einigen Monaten in ihrer Insta-Story. Ebenfalls alles andere als angetan von Silvias neuem Türkei-Schwerpunkt. Kalanta Wollny Sie habe ihre Tochter Kataleja bereits seit 2021 nicht mehr gesehen, auch, weil ihre Mutter und Harald so oft mit der Kleinen in der Türkei seien. Und zwar, ohne den Schritt jemals mit ihr abgesprochen zu haben. Wir sind gespannt, ob bald alle Wollnys ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Deutschland verlagern, oder ob es sich bei Sarafina Wollnys und Peters Entscheidung um einen Alleingang handelt. Wir sind gespannt, ob bald alle Wollnys und Petersen in der Türkei-Schwerpunkt.